Hallo ETH! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit dem kleinen Marcelo. Hallo, ich bin ja beide ein bisschen kleiner als ich. Ich weiß, der hat sich schon in Mühe gesehen. Also, heute wird es sehr pflanzlich. Nein, nein! Komm, begeisterung Marcel! Ja! Ja! Oh, ne, sieht das doch mal an. Ne, wir müssen ja nicht wieder Wörter tippen. Ich war heute schon in der Schule. Ich nicht. Na gut, ich hatte kein Deutsch. Dafür habe ich es jetzt. Wow! Nee, die fliegen raus. Was fliegen raus? Ähm. Keinen Plan. Zum Glück hast du keinen Plan. Sonst wärst du jetzt schon abgehauen. Ah, warum? Äh. Ey, warte, warte, ich geh wieder da drauf. Äh, warte. Ja. Okay. Ey, was? Äh, so. Warum ist das immer noch... Alter, das ist... Hilfe! Das Ding will mich fressen! Marcel! Das hat mich gefressen, aber ja. Das Ding will mich fressen. Ah! Marcel! Was machen wir jetzt? Hilfe! Das Oh ist weggefallen! Fuck. Hilfe! Danke! Groß, Großschreibung, Großschreibung. Großschreibung, schön. Ich soll was, ich... Wo weg mit der Großschreibung. Wir wollen eine Nachricht bekommen, wir sollen die Nachricht von deiner Mutter lesen. Wir sind ein paar. Ja schön, dass deine Mutter mit dir schreibt, dass ich ihre Nachricht lesen soll. Ja. Nur ich hab mein Handy nicht hier oben, und ich werde das ganz bestimmt jetzt nicht holen. So. Ich war... Danke schön. Äh. Ups. Ups. Wasserbombe. 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 Dann B. Dann schaffst du schon. O. Ah ja. O hast du? In einen Schnabel. Wo ist ein M? Hast du's? Dann B. Wo ist B? Da ist B. Da ist B. Da ist E. E. Ab. Ich bring mal U wieder zurück, ne? Explodiert. Wasserbombe. Explodiert. Er kommt auf diese Dinger. Auf diese Wörter. Diese Dinger. Ganz wahrscheinlich nicht. Ups. Exo. Wörter. Ähm. Nichts daneben. Ich weiß. Du wissen? Ich glaube nicht. Die Zahl, äh. Die Buchstaben. Tun. Äh. Explodieren. Der war schlecht. Warum hast du denn jetzt groß gemacht? Ja, weil hier was liegt. Hilfe! Marcel! Hilfe! Marcel! Hallo! Marcel! Danke! Das hast du jetzt witzig gefunden, ne? Ja! Wo ist ein I? Ah ne, da ist kein I. Das ist nur irgendein... ...Menschen. Wo ist... Ich hab' I... Ich hab' I im Schnabel. Ah! Oh, komm! Marcel! Hilfe! Hilfe! Ich hab' I im Schnabel. Ich hab' I im Schnabel. So, Leute. Jetzt übernehme ich die Folge. Ja, genau. Nix da. Äh. 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 Erstes E. Erstes E. 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 So. Du hast es schon. Guck mal, ich hab' ne schöne Blume für dich, Marcel. Hallo! Spiel! Spiel mag uns nicht. Spiel! 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 Das C fehlt! Oh, oh, oh. So, ist das hier eigentlich gekickt, hä? Jetzt ist das C wieder weg. Geh' du da mal kurz hin! Hä? warum denn warum denn weil er was auf diesen schalter aus dem weg tun die machen das auf dem schalter auch noch um ja ich habe es gesehen und du bist wieder gefressen was für pflanzen also das möchte ich jetzt mal gehört haben kein gärtner im leben nicht aber vielleicht so und dann auf groß nein ich habe das spiel habe ich es ist dein marcel kann es in dein die die man beschweren diese flammen ja immer noch beschweren wo ist denn n ist da endlich das ist marcel darf es hat das spiel verlassen ich danke ich werde niemals das wort gemüse schreiben ich weigere mich was aber ich will nicht gemüse schreiben ich komme jetzt ich glaube bis auf den großen ruf ich habe mir gesagt dass es schön pflanzlich wird wo ist jetzt schon wieder hin oben rechts findest du das so bequem da drin die städte auch gleich wo rein grabest du wenn es so gut weigere喜b da ist es du ja muss u sein aah 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 Nein, ach nee, jetzt hab ich dieses hässliche Ding auf dem Rücken. Feiert mir. Ah warte, ich muss dich mal wiederholen. So, komm Marcel, jetzt lass uns den Blödsinn beenden. Danke, bitte nicht noch ein Wort. Oh Gott. Ich gehe um eh links, die wir brauchen. Achso. Ich bin jetzt wirklich komisch. Rache ist süß. Rache. Mach ich gar nicht. Alter. Marcel, du musst aufs große Ding gehen. Ja. Löschen muss ich es auch. Gift voll. Gift voll. Geh mal aufs große Ding. Geh mal aufs große. Gift voll. Gift voll. Iwan und dich. So, wo ist jetzt das F? Das merke ich mir, Flamme. Wieso, das merkst du denn? Ich kann doch selber nichts dazu. Ja, 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 ja. Das ist hier bezahlt. Was kann ich denn dazu? Oh, hast du das jetzt auf groß gemacht? Aha. Ich würd mir das hier gleich. So, wo ist Tee? Das ist hier bezahlt. Was ist mit bezahlen? Das ist hier bezahlt die Pflanzen mit Dünger. Ja, genau. Uff. Ahahaha. Wie du da rum rennst. Das Aken nimmt grad da drin. Da nerven mich die Teile nicht. Hilfe! E. E, dann zack. Dann Tee. Dann R. Dann R. Wunder ich auch wusste es, ob der. Wusste es auch grad. Ach. In der Mitte. So, dann E. Dann Tee. Ja, klar. Dann E. das ist die schwere nachricht super du kriegst du die ganze zeit nachrichten du musst auf die andere seite du musst auf die andere seite was machst du denn jetzt Halleluja! Halleluja! Ja, super! Natürlich! Wie schön wir sind, oder? Spiel zu Ende! Ja, stopp! Nee, wir haben jetzt den Sommer durchgespielt. Echt? Und jetzt ist Herbst! Voll! Herbst! Komm Marcel, Herbst! Schön windig! Ich hab mal recht! Tschüss! Den Herbst fangen wir allerdings bei Marcelo an! Glück! Marcelo, möchtest du noch irgendwas zu meinen Zuschauern sagen? Abonniert Flamme auf Ehre! Vielen Dank! Und Marcel? Ja! Ich glaub, die sind schon sehr gesp... Geil, ich hab was Neues bekommen! Ich glaub, die sind schon sehr gespannt, wie das dann bald in deiner Folge wird! Ja! Ja! Ja gut! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss! Tschüss!